hallo leute herzbekommen auf den kanal und wir legen auch direkt mit dieser strecke los wir sollen nämlich 180 personen noch wie heißt es man 80 personen noch am a nach b wir legen auch den los die hier auch hat dieser bus ja nicht und setzen uns erstmal hin warum funktioniert das jetzt schon nicht up salat nee natürlich nicht okay leute so ich hab's jetzt kurz gefixt man wird an wir zu machen hat rein feststellbar raus und let's go ich habe auch gerade mal ein bisschen hier um die dinge aktiviert dann gar nicht besser sehen so und um diese kurve und da fahren wir auch direkt los zu der ersten haltestelle warum habe ich das habe ich die euro haben wir einmal mit und siebzig worden ich die gegend ein kind ihn er hat oder Alter, so ein scheiß Auge kam. Oh, ich muss rückwärts. So. Jetzt rein. So. Die Lenkung ist irgendwie kacke, merke ich. Aber ist egal. Also der lenkt so schnell. Hm. Egal. Jetzt hängt wieder dieses Sound. Was haben die mit dem Lenkrad gemacht? Das sieht so gescheuert aus. Egal. Ey, das ist doch ein schlechter... Jetzt fährt er auch noch in den rein, ey. Ja, ach komm. Leck doch nicht, du verficktes Spiel. Jetzt gibt's gar keinen Grund zu lenken, Junge. Leckt das Spiel auch noch. Egal, Leute. Ich reg mich nicht auf. Eigentlich soll das ja ein freundlicher... normal sein. Aber manchmal regt mich das echt auf, Junge. Man will ganz normal spielen und dann leckt das Spiel. Dann... ist die Lenkung kacke. Oh. Hassig. Hat noch einen schlechten Tag gehabt. Ich bremse doch, du... Ey, das ist doch zum Heulen. So, Leute. Jetzt geht's aber los. Ach, das hat der Kacke. Kacke. Also, anscheinend haben die irgendwie die Lenkung vom Spiel angepasst. Ja, ein Ratsch, dann hat das... Wow, das ist ja auch so heftig eine Strafe. Ey, das ist das Spiel... Na ja. Och nein, mein Akku ist schon wieder leer. Dann lad dein dummes Handy. Treten Sie mal ein bisschen auf die Bremse. Er hat die Schnauze... Verficktes. Kind. Das ist doch unnormal. Ich drück auf die Bremse und der bremst nicht. Scheiße, LKW, ey. Das interessiert niemanden. Das ist ja auch so lustig. Lach mich gleich tot. Kommen die Spieler... Äh, die Spieleentwickler ein, die sich gedacht bei dir. Drecksgame. Im Bus. Wie gesagt, ich kill dich gleich. Nein, Spaß, Leute. Das ist alles nur Spaß. Aber es leckt. Und ich bremse doch. Ich bremse. Ich denke, ich brauche mehrere Fahrzeuge. Du denkst, du kannst gleich aus der Tür wieder rausgehen und mit einem anderen Bus fahren. Danke. Der Bus hat die Buskant. Den Bordschein. Wir... 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 Ey, das ist zum Heulen. Ich sag's euch. Das Spiel macht keinen Spaß. Man kann hier nix machen. Egal, was du machst, du kriegst. Minus. Der fährt immer noch weiter. Ich bremse so stark, wie es geht. Und der fährt immer noch weiter. Ey, wenn das in echt so wäre, dann würde es schon 100 Millionen Unfälle geben. Eine Fahrkarte, bitte. Du kriegst keine. Verpiss dich. Danke. Fahr lieber langsam auf der Fahr... Äh, auf der Autobahn, so wie es immer der Omis macht. Ich hab natürlich nix gegen Omis, aber... Die fahren immer so lahm auf den Straßen. Nee, ganz, gar nicht. Das ist echt... Nächster Halt. Stockerplatz. So, ich freu mich jetzt schon wieder auf die Endstation. Ich sag's euch ehrlich. Ich freu mich jetzt schon darauf. Es leckt schon wieder rum. Boah. Ich krieg das Kotzen. Ich krieg das Kotzen, dieses Spiel. Ich verstehe sie am Ende der letzten Folge von Winter der Leidenschaft. Es interessiert niemanden. Halt deine dämliche... Hm. Da steht auch noch so ein dummes Auto. Nächster Halt. Hey. Lange nicht gesehen. Oh. Der braucht auch 100 Millionen Jahre, er mal wegfährt. Ja. Halt eure Fressen. Damals. Das war... Abrufsbremsen. Ja, da kann ich nix für, wenn man hier schon so stark bremsen muss. Äh, ich wünsch dir was. Die Wiederholung von Staffel 15 von Winter der Leidenschaft hat so viel von der aktuellen Handlung enthüllt. Das interessiert niemanden. Danke. Ich hätte gern ein paar Fahrkarten. Danke. Hätt die Schnauze und Lauf einfach rein. Kennt ihr auch... Leute, kennt ihr auch so... ähm... Busfahrer, die... absolut... gar keinen Bock auf... also die auch so aggressiv sind wie ich? So einer bin ich gerade. Äh, die immer schlechte Laune haben. Ja, aber Junge, ich hasse das. Die... wenn... ich hab'n... genaueren Plan, wie ich hier alles mach. Kann da jetzt mal fahren, Junge. Da wird kein Bock, 33 Sekunden zu stehen. Spiel macht das doch mit Absicht. Jetzt fahr, du behindertes. Orangen ist etwas. Ja, mich lässt du wieder nicht durch, du behindertes. Na, hör doch mal auf zu blinken jetzt. Fahr schneller um die Kurve. Junge, ey. Ich will hier... Ich will jetzt einfach noch nicht... Ich will jetzt einfach noch nicht... Scheiß... Es interessiert mich, dass ich ein Apro... abruptes Bremsen gemacht hab, Junge. Halt deine Fahrkarte, bitte. Das ist wieder auch noch eine dumme Fahrkarte, ey. Hol dir die doch vorher. Du willst doch mit dem Bus fahren. Meine Fresse. Es gibt hier aber auch Leute, die einfach auf den Kopf gesparen haben, statt die einfach vorher zu holen. Nee. Unsere Ersten... Ach, egal. Ich rede einfach am besten gar nicht mehr. Leute. Sonst macht mir die Busfolgen immer Spaß. Bus um Nator 18 folgen. Aber dieses Video... Absolut gescheuert. Junge, ja, aufzuschnarschen. Mann. Der mich ab, ey. Das ganze Spiel fuckt mich gerade ab. Die Lenkung ist anders. Alles ist hier anders, Bruder. Glück ist bald Sonntag. Nächster Halt. Ander Wollade. Mann, der Brems. Boah. Wann bremst der doch auch immer so stark? Also kannst du es jetzt auch. Jetzt leckt es wieder rum, ey. Es reicht doch langsam. Ich habe meinen Mann endlich überredet, Winter der Leidenschaft zu gucken. Jetzt ist er ein größerer Fan als ich. Naja. Niemand hat da noch gepackt. Papa. Nächster Halt. Ostenspeicher. Jetzt fährt der aber noch hier rein, ey. Ja, interessiert mich nicht, wer ich jetzt hier treffe. Ich will jetzt einfach noch hier raus. Ja, interessiert mich nicht. Fahr doch mal. Ey. Der bleibt da an mir kleben, ey. Der Eck. Dillin, dillin, dillin. Halt die Fresse, Spiel. Es leckt schon wieder rum. Ich habe doch niemanden berührt. Nächster Halt. Ostenspeicher. Boah. Naja, ich habe jetzt schon wieder Kopfschmerzen von diesem Scheißspiel. Echt. Ich glaube, ich mache da echt keine Videos mehr drüber. Das Spiel wird immer schlechter. Ich fange ja jetzt schon ewig kein Video mehr, weil das Spiel einfach nur Scheiße ist. Aber es wird immer schlechter, Bruder. Also, Bus-Simulator 2021 werden wir garantiert nicht holen. Das ist ja dann auch genauso schlecht. Echt kein Bock mehr. Boah, schön, dass ein Rad das berührt hat. Das interessiert mich aber nicht. Das ist für ein Reiz. Das ist mal so eine dumme Kugel. Haben Sie einen an der Waffel? Du hast gleich einen an der Waffel. Hey Leute, ich werde das jetzt abbrechen. Ich habe da drauf keinen Bock mehr. Jedes Mal rammt er hier Leute. Ey, das ist doch behindert, das Spiel. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und ein Kommentar da. Schaut gerne auf meinen Discord-Service vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Habt noch einen traumhaften Tag. Und dann Leute, ich hoffe, ihr habt nicht unabhängig wie ihr. Und ciao, ciao. Euer Bis zum nächsten Mal.